Moin moin, herzlich willkommen zu einer Prognose und zwar von der Prognose zu dem Champions League Finalspiel Atletico Madrid gegen Real Madrid und heute ist nicht der Nick dabei, der hat ein paar Probleme mit seinem Internet, sondern der Alex. Ja, hi. Und wir sehen jetzt auch gleich die Aufstellung, drück mal X. Ja. Ich spiele mit Atletico Madrid und im Kasten ist Courtois natürlich, rechter Verteidiger ist Juan Fran, Innenverteidiger Codin und Miranda, Linksaußenverteidiger Luis. Und mehr konnte ich auch nicht sagen. Ja, dann sage ich nochmal kurz was zu meiner Aufstellung im Tor mit Casillas. Rechts Kavajal, in der Innenverteidigung Varane und Ramos, Links Coentrao, im Defensiven Mittelfeld Ilaramendi und Mottrich und weiter konnte ich auch nicht sagen. Okay, dann würde ich sagen, wir schneiden es mal wieder zusammen. Ja, bis zur ersten Chance. Was macht ihr denn? Der ist gut, der ist gut. Via, via, via. 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 Adrian. Und da ist es. Wer ist doch glücklich. Da ist es, 8 Minuten. Der Mann, der für Diego Costa drin ist. Ja, Mann. Läuft auch. Ja, klar doch. Gibt es überhaupt Handball-FIFA 14? Oh, oh, oh. Oh. Gibt es jetzt Handball-FIFA 14 oder nicht? Ja, eigentlich schon. Ja, aber ich habe es irgendwie noch nie gepfiffen bekommen oder so. Ja, ich schon. Okay, warte. Web-Zentral, Achtung, Achtung. Oh, guter Kopfball, Quartoir, gut im Kasten. Oh. Oh, alter, die Heule, die weiß viel. Ja, die wäre richtig gut los. Quartoir, komm. Ja, stark. Komm, der ist frei. Der ist frei, guter Pass, via. Tia, 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 Tia ist doch nicht. Und der ist, Atria, Doppelpack. Das ist ja peinlich hier. 20. Minute. Naturan. Na, Gabi, es geht ja schnell, 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 schnell. Das war dumm. Scheiße, das ist wieder da raus. Oh, oh. Oh, oh. Komm, 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 komm. Achtung. Achtung, Benz ist da. Benz ist scheiße. Jawoll. So geht es. Auf jeden Fall, gut gemacht. Ein, der 40ste. Benz, mal. 3, 1. Uh, Zucker, Zucker, Zucker. 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 Scheiße. Nichts, Zucker. Gucke. Gucke, kommt da. Ecke. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn, Mensch. Ja. Und was macht er jetzt? Und das sieht, Atrian. Das ist Befreckheit. Das ist immer. Ich war ein 40ste. 4, 1. Ich bin fassungslos. Und halbzeit. Halbzeit steht es 4, 2, 1. 3, 2. Da hatte ich gerade einmal Gabi bei mir, bei ihm Benze. Und mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Back in the house. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Scheiße, 4, 2. Oh. Das war Fail von mir. Richtig auf dieser. Auf, 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 auf. Achtung, nein. Der gibt ihn durch, der gibt ihn durch, der gibt ihn durch. Komm raus. Komm raus, scheiße. Toll, da ist er wieder weg. 4, 3. Wie du immer machst, Cottoir, geh raus. Ja, Mann. Aber es gibt noch eine Second Chance. Und du bist weg. Nein, bist du nicht. Du bist noch da. Ich habe irgendeine Skype. Was? Nee. Und Aus, aus. Atletico gewinnt die Champions League. Laut der Prognose natürlich. Das wäre schon mal ein Ding. Der Außenseiter. Auf jeden Fall Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann drückt den Daumen doch mal nach oben. Würde mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, wir verabschieden uns. Du kannst noch irgendwas sagen. Ja, tschüss. Ja, von mir auch tschüss. Das war's mit der Prognose.